Jetzt kommt der Beat wieder rein. Ach nein, das ist ein anderer Maschinen. Ja, war ein bisschen anders, aber gut. Da kann ich meine Schnuppe auf dem Monitor ein bisschen lauter haben. Schnuppeln, 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 schnuppeln. Ich bin in Asia. Ich hole dich ab, wo du stehst, und schicke dich am Üben. Dass alle Stricke reißen, soll heißen, dass die Stricke nicht genügen. Wir brauchen mehr Stricke, für was du nettlern siehst und ihre vermögliche Clique. Nein, ich bin nicht ganz unbekannt. Aber mein Musikgesprach hat immer noch kein Rechtfertigungsbedarf. Du lernst sogar im Schlaf deine Texte auswendigst, um deine Felswits zu betäuschen. Ich vergesse sogar, wenn ich wach bin, meine Texte. Ich erratte sie nicht, für so besonders wichtig. Aber das tun die meisten mit den meisten Nachrichten aus aller Welt auch nicht. Was das heißt, dass hier und da ein Zug entgleist und ab und zu ne Wombe dem Menschen zerfleischt. Wie ich das finde, steht überhaupt nicht zur Debatte. Image ist alles, deshalb gerade Nazis eine Glattung. Doch das ist fracke, das System hat keine Waffe. Ich reiße, ab dem Racken nehmen sie es ihre Extensions aus. Wir kennen uns nicht mit den Menschen aus, also halten wir in unseren Grenzen aus. Ich weise dich in die Schranken und kreise dich in Gedanken. Die dich zerfleischen, ich hab keine Ahnung was weitergeht. Ich entwickle mich nicht weiter. Ich verwickel mich nur immer weiter. In Gespräche mit Hip-Hop-Journalisten und Rap-Fouristen. Das hieß, der wir ONE zwei Teufel nie mit den Racken machen. Das ist das nicht so gut. Ich meine Erhöhung von Racken. Und das ist ein. Ich weiß, das aber auch wir zwei Teufel nicht. Wir sind auch ein. Wir sind auch ein. Wir sind auch ein. Wir sind alle bald mal hier. Wir sind in Phutann. Wir sind alle. Wir sind auch ein. Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind auch ein. Es war Planet Asia und ich finde Planet Asia verdient einen riesen großen Applaus.